Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch aus aktuellem Anlass mal nicht zu Halo, auch nicht zu Halo 5, was Halo wäre, sondern ich möchte über Age of Empires sprechen, nämlich Age of Empires 2 HD. Das ist nämlich bis zum 9.11. reduziert und zwar auf 3,99€ und nicht nur das, sondern auch das DLC, das es dazu gibt, The Forgotten Empires, ist ebenfalls reduziert auf 1,79€ und ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, warum das Ganze? Ich kann es euch sagen, denn es ist ein neues DLC rausgekommen, also das zweite DLC und das heißt glaube ich African Empires vielleicht, keine Ahnung, auf jeden Fall sind afrikanische Völker mit dabei und zwar 4 Stück, 4 Stück und nicht nur das, auch eine neue Kampagne mit komplettem Voice Acting, neue Text und ein wenig Balancing und dieses kostet 8€ bzw. 7,99€. Warum erzähle ich das Ganze? Weil ich Age of Empires cool finde. Ich wurde nicht dafür bezahlt, falls irgendwer jetzt hier gerade denkt, ich werde dafür bezahlt, weil ich sie gerade so anpreise wie Sauerbier. Ne, aber Age of Empires 2 ist wirklich cool und das, oder ich finde das zumindest sehr cool und das hat auch einen Hintergrund, denn Age of Empires 2 war tatsächlich das allererste Spiel, das ich je gespielt habe, glaube ich, oder? Ne, davor gab es auch ein anderes, aber war eins, also sagen wir, das erste Spiel, das ich wirklich exzessiv gespielt habe. Okay, exzessiv ist vielleicht auch etwas, obwohl damals habe ich schon viel, ja, vielleicht sogar viel mehr gespielt, als ich mittlerweile spiele. Naja, auf jeden Fall war Age of Empires 2 so mit eines der ersten Spiele, die ich gespielt habe und eigentlich so das erste Spiel, das ich richtig viel gespielt habe und das mir auch wirklich Spaß gemacht hat und das ich auch bis heute noch immer sehr cool finde. Und wie gesagt, eben auf Steam gibt es die HD Edition und deswegen habe ich seit kurzem auch mal wieder angefangen, es wie neu erneut zu spielen und musste tatsächlich feststellen, dass dieses Spiel deutlich mehr Tiefe hat, als ich dachte. Also wirklich, wo es richtige Build-Orders gibt und alles, wo ich eigentlich davor immer nur gedacht habe, da ist so ein Dümpel-Game. Aber tatsächlich gibt es dort auch wirklich eine gewisse Community, die das Pro-mäßig spielt und dann da ihre, ihre Build-Orders hat und ihre Unit-Compositions und wie man was, wie, wo, wann macht und ansonsten. Das war ein Noob! Na, ok. Und, äh, ja, deswegen finde ich persönlich auch, weil Age of Empires 2 ein Klassiker ist, dass jeder es einmal gespielt haben sollte und es gibt eigentlich kaum einen besseren Zeitpunkt als jetzt, denn jetzt kostet es nur 4 Euro. Ansonsten ist es, glaube ich, ah, ich glaube 20 Euro kostet es auch so normal nicht mehr. Oder? Ich bin mir nicht sicher, ich würde 2 Microsoft schon zutrauen. Ähm, aber ansonsten ist es auf jeden Fall deutlich teurer als 4 Euro und, ähm, ja, deswegen wollte ich das hier ein wenig anpreisen. Äh, ja, keine Ahnung, vielleicht mache ich dazu auch mal ein längeres Video, aber wir sind ja hauptsächlich ein Halo-Channel und somit kein Age of Empires-Channel. Trotzdem wollte ich das mal kurz loswerden, weil ich Age of Empires 2 cool finde und finde, dass es jeder mal gespielt haben sollte und für 4 Euro ist es wirklich ein gutes Spiel, dass ihr euch holen sollt. Holt es euch. Na gut, das war's. Ciao und tschüss, sagt der Kferd.